Würde ich sagen, gucken wollen, dass wir uns von dem Helm verabschieden. Ja, bliebiger Wortwitz, ich weiß. Oh mein Gott. Okay. So, wir müssen. Du, ich brauche mich nicht. So, jetzt kann man. Einmal fusionieren. Und zwar dich und dich. Ich meine, so Elemente heilen sind schon cool, ja. Also, das haben sie echt gut gemacht. Aber. So. Hier ist der altgewöhnte Trick mit Bubble Man. So, mit dir können wir uns die Fusionskarte wiederholen. Oder, Moment, was machtest du? Was machtest du? Wie doof? Wie doof? Nehmatisch. Ich ralz' nicht. Egal, mal angreifen. Ah, ich hätte Riesentronade verspielen. Moment, mit Riesentronade kann ich das Ding sogar auf die Hand geben. Dann... Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Mist. Also, nochmal. Das ist auf jeden Fall wichtig. Was sagst du nochmal? Ne. So. Das klingt... Alles? Nein, nein, dich eben gerade nicht. Erstmal nur dich. Dich beschwören, will. Das heißt, ich war so nah an der Lösung dran, hab's doch nicht hingekriegt. Wie doof ist das denn? Es war nämlich gut, dass wir die genommen haben. Ja, ich alles. Komm, du mal alles zurück auf die Hand. Du bist gut, weil du gibst Eingriffsstörungen. Dich muss ich gleich aktivieren. Und dich kann ich... Damit werde ich... Dich losgenau... Oh, ja. So. Vielleicht muss von mir ein Monster zerstören für den Original. Ich bin noch drauf. Ich kann ja nicht aus der Hand aktivieren. Ich muss nicht in der... Oh, ich kann... Oh, boi. Jetzt muss ich mir die Karte nochmal genau durchlesen. Richtig. Kannst du eine... Während deines Spielsatzes eine Pfeilkarte aus... Also war es doch gerade richtig. Alter, oh Gott. Oh Gott. So. Moment. Moment schon mal. Aktivieren wir dich. Immer noch genau derselbe Ablauf. Wir haben es jetzt ein paar Mal gesehen. Das heißt, die darf nämlich nicht am Fels sein. Wäre so meine Idee. Okay. Wenn es überhaupt darüber geht. Ich sehe es, ey komm, dass es immer noch alles falsch ist. Jetzt muss ich gucken, ob es funktioniert. Dich möchte ich aktivieren. Okay. 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 Ich glaube nämlich fast das nicht. Doch. Gerade so. Es wird, wenn ich das nicht verletzen habe. Oh Gott. Okay. Okay. Ja, 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 ja. Was konntest du nochmal? Ah, okay, ich muss dich raushauen, damit aktivierst du dich. Damit kann ich letztes Angebot direkt aktivieren. Ah, Monsterinkadation. Dich haue ich weg. Weil... 4.000 brauche ich, was kannst du? 4.000 brauche ich. 4.000 brauche ich. 5.000 brauche ich. So, Moment. Greifen wir mal an. Dass dem jetzt Andor und dieses dumme Trio dahin hauen will. So. Moment, klappt das? So. Warum kann ich dich nicht beschwören? Weil ich noch in der Battle-Face bin. So. Was kannst du? Ich brauche nicht mehr. Dich brauche ich nicht mehr. Klappt das jetzt? Ja, klappt. Wunderbar. Bingo. Also. Auf zum extraordinären Tanz. Und dabei kann ich noch nicht mal richtig tanzen. Oh. Gewinn in dieser Runde. Ssss. Okay. So. Du musst erst mal weg. So, kann man mal gar nicht wiederholen. So, jetzt bin ich dich nämlich jetzt hier. Jetzt bin ich es falsch gemacht. Warte mal, damit können wir uns nämlich... So. 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 Jetzt die Rache von Sheep. So. So.